Es sind Horrorbilder aus München, die am Donnerstag um die Welt gegangen sind. Ein 18-jähriger Austro-Islamist spaziert bewaffnet durch die Innenstadt. Sein Ziel? Juden töten. Es kommt zu einem Gefecht mit der Polizei. Der amtsbekannte Angreifer wird erschossen. Eine Tragödie konnte verhindert werden. Das Problem? Vor allem im Internet radikalisieren sich junge Migranten. Polizei und Politik in Oberösterreich fordern deshalb erneut eine Messenger-Dienstüberwachung. Uns geht es darum, in konkreten Fällen hinschauen zu können. Das würde der Polizei irrsinnig helfen bei der Aufklärung von Verbrechen, von Terror. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den der Rest von Europa schon lange gemacht hat. Ich habe null Verständnis dafür, dass auf der einen Seite Verbrecher alles dürfen im digitalen Raum und die Polizei nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir uns auf WhatsApp die Fotos von der Mitzitante ansehen, sondern wenn ein schwerer Verdacht besteht, wenn es einen richterlichen Beschluss gibt, dass die Polizei hier ermitteln kann. Seit 30 Jahren darf die Polizei mit richterlicher Erlaubnis Telefone abhören und Briefe öffnen. Bei Chat-Nachrichten ist das nach wie vor nicht erlaubt. Zum ersten Mal hat die Polizei 2016 eine derartige Berechtigung gefordert. Wer in der heutigen Zeit unterwegs ist, weiß, dass das das zentrale Thema ist. Dort ist die Polizei blind und das darf in Zukunft nicht mehr sein. Bessere Überwachung des Internets, das ist auch eines der Ziele des neuen Cybercrime Centers in der Linzer Gruberstraße. Alle 4.500 oberösterreichischen Polizisten bekommen hier eine Art digitale Basisausbildung. Dabei geht es um Themen wie Netzwerke, IP-Adressen und Social-Media-Hintergrundwissen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung überhaupt für die Polizei in den nächsten Jahrzehnten. Deswegen ist es wichtig, dass die Polizei jetzt alle Beamtinnen und Beamten schult, auch für Cyberkriminalität, auch wie man hier ermittelt, weil halt Kriminalität nicht nur sichtbar auf der Straße stattfindet. Wenn Täter doch auf der Straße zu sehen sind, ist es oft schon zu spät. Nur durch Zufall konnten die deutschen Polizisten am Donnerstag in München Schlimmeres verhindern.